hallo und herzlich willkommen zum stream plan für die kommende woche mit jeder menge freitag der 13 und zwar genau jeden tag in der kommenden woche außerdem haben wir dienstag bis freitag am sonntag dann minecraft minigames am montag startet das neue final fantasy 12 das remasterte zodiac age wo ich echt drauf gespannt bin mich freuen würde wenn ihr mit rein schaut außerdem haben wir am montag am freitag und am sonntag sso am freitag noch alicia online am dienstag starten wir in die neue runde kingdom hearts am mittwoch haben wir noch im ben und ed und am samstag natürlich das weekly ich würde mich freuen wenn ihr mit dabei sein und dann viel spaß bei der kommenden woche если ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020